So hallo, ich bin also heute hier in Oberndorf und habe jetzt Herrn Glöckle bei der Kamera. Herr Glöckle, können Sie die Aufregung verstehen, was jetzt da hinten in der Lindenstraße passiert abgeht? Ich kann es insoweit nicht verstehen, nachdem seit 2009 der Flächennutzungsplan geändert worden ist und seitdem wissen die Anlieger eigentlich, was dort passiert. Ich kann es insoweit verstehen, dass die Leute Angst haben, dass der Lkw-Verkehr stärker wird, aber der wird sich auch in Grenzen halten und wir haben auch ein Schallschutzgutachten erstellt, das das also ganz klar ausdrückt, dass das also nicht so sein wird. Es gibt ja auch Bedenken vom Staub her, dass also wenn die Häuser verstaubt werden, dass man sich nichts mehr in den Garten reinsetzen kann oder so. Was sagen Sie dazu? Wir haben eine Zufahrtsstraße, die asphaltiert wird und die je nach Bedarf auch gereinigt wird. In dem anderen Bereich, wo wir Kies gewinnen, gehen wir sofort nach unten. Das heißt, wir haben dort einen Erdwall, der drei Meter hoch ist und wenn wir den Abraum und den Humus weggebracht haben, sind wir gleich ungefähr drei Meter tiefer, sodass da überhaupt kein Staub entstehen kann. Jetzt gibt es ja noch Bedenken wegen der Kreuzung, als er Richtung Berg-Rein weggeht. Besteht da eine Möglichkeit, eine andere Ausfahrt zu machen von der Kiesgrube her oder ist diese unbedingt erforderlich? Die andere Möglichkeit wäre noch weiter innen in Oberndorf, was völlig verkehrt wäre. Wir wissen, dass dort in dem Bereich, soviel ich weiß, etwa 662 Lkw pro Tag fahren und von uns wären das etwa 15 Lkw, die noch dazukommen. Also 15 Lkw pro Tag würden also aus dieser Grube rausfahren? Also das wäre im Durchschnitt, das wird manchmal mehr, manchmal weniger werden, aber im Durchschnitt sind das 15 Lkw. Dann gab es ja Bedenken, dass eventuell Häuser abrutschen könnten in die Grube oder so, was sagen Sie dazu? Ich habe es gerade schon mal erläutert, wir sind fast 100 Meter von diesem Haus entfernt. Ich kann heute schon garantieren, wenn das Haus reinrutscht, dann wird es erneuert, aber das wird nie und nicht mehr passieren. Das sind 100 Meter Entfernung, das muss man sich überlegen. Dann kommen ja auch die Bedenken des Kracks, dass man sich nichts mehr raussetzen könnte, weil eben so viel Krack, Krawall ist. Und ja, was sagen Sie jetzt dazu? Es sind 15 Lkw, wir haben ein Schallschutzgutachten erstellen lassen, das ganz klar ausdrückt, dass wir weit unter den Werten liegen, die eigentlich zulässig sind. Bevor Herr Weil mit seinen Ausführungen beginnt, möchte ich doch eine kurze Bemerkung vorausstellen. Ich kann verstehen, dass die Anwohner im Bereich unseres Bauvorhabens wenig erfreut sind über den zusätzlichen Lkw-Verkehr und die dadurch entstehenden Belastungen. Aber ich möchte Sie auch bitten, uns und mich zu verstehen oder zumindest versuche ich, uns zu verstehen. Ich leite eine Firma mit über 400 Mitarbeitern, die in fast allen Bereichen des Bauens tätig ist. Und um überhaupt bauen zu können, wird vor allem Beton benötigt. Im Hoch- wie auch im Tiefbaubereich. Und nur um Ihnen einmal die Wichtigkeit des Betons im Bau zu erläutern, möchte ich Ihnen einige Zahlen nennen. In der Region Schweinfurt werden pro Jahr 150.000 m³ Beton hergestellt und auch verbraucht. Dazu werden allein für diesen Beton 270.000 m³ Kies und Sand benötigt. Im Bereich Tiefbau wird für Asphalt- und Kanalarbeiten vor allem Sand benötigt, sodass eine Gesamtmenge von ca. 400.000 m³ Sand und Kies pro Jahr in unserem Bereich benötigt wird. Die Flächen für die Flächen für die Kiesgewinnung sind nur noch in geringem Maße vorhanden, sodass wir auf dieses Gebiet in Oberndorf angewiesen sind. Eine Alternative wäre nur, Sand und Kies aus großen Entfernungen nach Grafen-Rheinfeld in unser Kiesfeld zu transportieren, was aber aus wirtschaftlichen und vor allem auch aus ökologischen Gründen nicht sinnvoll ist. Der Herr in der ersten Reihe, bitte. Günter Siebenbürger aus der Kettelerstraße 9 in Oberndorf. Wenn ich das Ganze recht verstanden habe, ist wohl bebauungsplanmäßig und planmäßig alles durch. Da brauchen wir wohl nur noch zu hören, was beschlossen ist. Die einzigen Einwendungen, die es noch gibt, betreffen das Wasserrecht. Ist diese Meinung richtig? Das heißt, alles andere, was man an Einwendungen zu hecken gegen den gesamten Plan, ist jetzt eigentlich Laboratur, weil es jetzt nur noch ums Wasserrecht geht. Und eine Frage, die nicht das Wasserrecht betrifft, ist offensichtlich schon durch oder unsinnig. Ist das so richtig? Der Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahr 2009. Da ist dieser Flächennutzungsplan von der Regierung von Unterfranken genehmigt worden. Das Planaufstellungsverfahren hat schon viel früher begonnen. 2006 hat der Stadtrat also diese Beschlüsse gefasst für die Änderung des Flächennutzungsplans. Und seit dem Jahr 2009 ist dieser Flächennutzungsplan verbindlich für die Stadtverwaltung, für die Stadt. Also insofern, insofern, ja, der Flächennutzungsplan ist seit 2009 verbindlich. Und nun wird dort ein Gewerbe oder ein Abbau betrieben. Ist es nicht so, dass für die Anwohner, die dort betroffen sind, dass es die nicht nur lernmäßig belästigen wird, sondern eben auch eine Wertminderung ihrer Immobilien zur Folge haben? Also ich gehe jetzt davon aus, dass Sie auch in Oberndorf wohnen. Ich möchte hier keine Pressekonferenz abhalten. Ich beantworte Ihre Frage. Ich möchte es nur sagen, es ist eine Bürgerinformationsveranstaltung, die sich natürlich an die Bürger richtet. Trotzdem ist die Frage ja berechtigt. Wenn Sie da sehen, sehen Sie, vorher war am Flächennutzungsplan dort ein Gewerbegebiet vorgesehen. Keine landwirtschaftlichen Flächen, Gewerbegebiet. Und insoweit darf man hier nicht vergleichen landwirtschaftliche Flächen mit einem Kiesabbau, sondern muss sich durchaus fragen, was denn die schlechtere oder bessere Variante gewesen wäre vor einem Wohnbaugebiet. Und insofern darf ich die getrane Aussage hier ein wenig relativieren, dass die Stadt Schweinfurt zugesagt hätte, das seien landwirtschaftliche Flächen. Das mag eine Momentaufnahme gewesen sein. Im Flächennutzungsplan waren es damals Gewerbeflächen. Und nochmal, die Änderung des Flächennutzungsplans hat mehrere Jahre benötigt. 2006 war die Behandlung im städtischen Gremium, im Stadtrat, nur die Genehmigung der Regierung. Also es gab danach mehrere Verfahrensschritte. Also es war auf mehrmals im Stadtrat gehandelt. Mein Name ist Evelin Mastmann und ich wohne in den Neubaugebiet, in den Kostik, in den Kostik, in den Kostik, in den Kostik, in den Kostik und in den Kostik. Und ich kann mich, wenn wir das einfach anschließen, ich habe mich 2006 entschieden, in diesem neuen Wohnbaugebiet, was ja für Familien extra von der Stadt eingerichtet wurde, ein Grundstück zu kaufen, ein Haus zu bauen. Und mir wurde eben die Aussage gegeben, da bleibt alles, wo es ist, landwirtschaftliche Benutzung. Und deshalb meine Frau, die können Sie jetzt mit Ihrem gewissen Verantwortung, dass dann einige Jahre... Na, da sehen Sie mich jetzt in einer relativ schwierigen Situation, weil ich a. nicht weiß, wer Ihnen diese Auskunft erteilt haben mag und b. noch mal nur darauf hinweisen kann, dass der Flächennutzungsplan, und der ist hier maßgeblich, dass der Flächennutzungsplan auch zur damaligen Zeit dort ein Gewerbegebiet vorgesehen hat. Insoweit kann ich diese Aussage, die kann ich zur Kenntnis nehmen, ja, ich kann aber hier die weder verteidigen oder rechtfertigen, ich kann sie schlichtweg zur Kenntnis nehmen und auch nur zur Kenntnis geben, dass diese Aussage dann im Widerspruch zum Flächennutzungsplan statt. Die Dame in der vierten Reihe, bitte. Mein Name ist Frau Marathus, ich wohne in Boxern und bin Eigentümerin der Flächennutzstraße 21 und 22. Meine Frage geht noch ein Stück zurück, Herr von Lacken. Warum hat die Stadt überhaupt dieses Baugebiet erschlossen, wenn sie dann im Hinterkopf hatte, dass sie dort Kiesbackern lassen will? Das ist doch die Frage. Die Altbesitzer haben bezahlt müssen, damit die Stadt ihre Bauplätze verkaufen konnte, die sie dort hatte. Und das ist eigentlich das Verwerfliche, weil es das Umwelageverfahren, die letzte Rechnung haben wir bezahlt in 2008. Das heißt, es war noch gar nicht abgeschlossen, da hat die Stadt schon wieder ihren Nutzungsplan geändert. Ich finde, das ist nicht im Atem, wenn man ehrlich mit seinen Bürgern umgehen wird. Gut, das geht noch weiter in der Geschichte zurück, was es noch schwieriger macht, außerhalb des Rechtlichen. Ich habe immer das Problem, dass die rechtliche Seite ja relativ eindeutig ist über den Flächennutzungsplan. Und die emotionale Seite, die Sie ansprechen, die ich nachvollziehen kann, ich persönlich nachvollziehen kann, die ich aber hier aus rechtlicher Sicht kaum kommentieren kann. Natürlich ist es so, dass ein solcher Kiesabbau über den Zeitraum, den wir hier geschildert haben, sicherlich Eingriffe oder Nachteile mit sich bringt, die niemand gern vor seiner Haustüre hätte. Niemand wird es da geben. Und natürlich ist es aber auf der anderen Seite genauso, dass es Kies nicht überall gibt, nicht auf jeder x-benimmigen Fläche, sondern nur auf bestimmten Flächen. Und die Änderung des Bebauungsplans, Entschuldigung, die Änderung des Flächennutzungsplans, die ist erfolgt, weil man eben gesagt hat, auf dieser Fläche ist der Bodenschatz Kies und Sand vorhanden. Und ein Abbau nötig. Aber der Kies ist seit Jahrtausenden dort und war schon dort, als die Stadt dieses Baugebiet ausgewiesen hat und die Anwohner dazu verpflichtet hat zu lönen. Das können Sie ja nicht abstreiten. Er war immer da. Das ist völlig richtig, dass der Kies und der Sand immer da waren, aber sie haben hier Nutzungen, die sich nebeneinander nicht ausschließen. Das haben wir ja, wir sind ja zum Verfahren gekommen und sind auch, wir haben es ja auch im Stadtrat schon vorgestellt, das Vorhaben zu der Meinung gelangt, dass das grundsätzlich, im Detail muss man uns das sicherlich noch ganz konkret anschauen, da kommt es ja auch auf die Erörterung an und auf die möglichen Einwendungen uns anschauen, aber grundsätzlich für genehmigungsfähig und auch in der vorhandenen Nähe zur Wohnbebauung als genehmigungsfähig. Jetzt gehen wir in die Reihe, ist es eins oder zwei hinter Ihnen, der Herr, ich mache es von vorn nach hinten bitte, ja, dann ist es einfach. Wir haben von der Linkenstraße und von Mühlenbaumflokken nach der Flakhoff, ist das die einzigste Fläche, in dem Oberndorfflokken, die ist die Kiesabbau-Reichel. Was ist mit der Fläche hinten, wo das schon Kies abgebaut ist? Warum ausgerechnet die Brombebauung ist vor der Hauskirche? Es kann doch nicht die einzigste Fläche sein. Rohstoff ist da, Sammeltreichel, aber bei uns direkt vor der Tür, ist unsere Wandelmöglichkeiten drin, sind die nicht in der Welt gezogen worden? Also, ich kann, ich weiß nicht, ob die Firma Jöckle noch etwas dazu sagen kann, wir können nur sagen, dass es sicherlich damals im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplans auch geprüft wurde, ja, aber ob und wie weit da die Rotenschatzvorkommen tatsächlich rüberreichen, kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, die Verwaltungsbank auch nicht. Vielleicht kann die Firma Jöckle was dazu sagen. Dann vielleicht kurz was dazu sagen. Wir haben das natürlich überprüft, wo es noch Kies gibt. Und wir haben, vielleicht sieht man das hier auf dem Bild, wir sehen da ganz genau, dass wir in dem oberen Bereich, also hier ganz oben, praktisch keinen Kies mehr haben. Also, der Kies wird von hier nach oben immer weniger. Und wir werden in dem oberen Bereich im Höchstfall noch zwei Meter Kies haben. Und deswegen haben wir auch gesagt, weiter nach oben hat es keinen Sinn, der Rotkies zu gewinnen. Wir haben überall Bohrungen gemacht und wir wissen, wo Kies ansteht und wo nicht. Ich meine, wir wären ja froh, wenn wir noch andere Städten finden würden, wo wir Kies abbauen können. Da ist nur noch ein Wunder. Ich bin froh, dass wir die Gelegenheit haben, uns überhaupt mal so zusammenzusetzen und miteinander zu reden. Ich wünsche mir auch, Herr König, dass Sie da sind, finde ich jetzt prima. Ich möchte aber trotzdem versuchen, das, was Sie gerade mit einem kleinen Nebenwort gesagt haben, ein bisschen größer darstellen. Sie sprachen von emotionalen Gesichtspunkten. Herr Christoph, eine ganz, ganz einfache Frage, verstehen Sie sich nicht falsch. Verwirklichen Sie sich mit dem Abbau dieses Kieses dort einen Lebenskauf? Ja, warum? Ja oder nein? Nein, das kann ich nicht mit der Haut reinbeantworten. Man könnte davon ausgehen, nachdem wir seit 15 Jahren versuchen, die Genehmigung zu bekommen. Aber das ist kein Lebensraum, sondern es geht einfach darum, dass wir Grundstücke suchen, wo wir Kies gewinnen können. Das habe ich ganz genau, das haben wir wunderbar dargestellt. Was mich interessiert ist, ob der Hautgrund ein ideeller ist als ein Lebensraum oder ob dahinter steht, was Sie ja auch schon gesagt haben, was ja verständlich ist, ganz klare wirtschaftliche Interessen. Das können Sie doch mit dem eindeutenden Ja zustellen. Ja, natürlich. Wir brauchen Kies. Genau. Und jetzt will ich aber auf unserer Seite mal anzusprechen. Wir wurden ja jetzt in einem Viertel und es wurde zum Teil, ja klar, deutlich gesagt, auch wir gehören zu dieser Familie, der im Jahr 2005 gesagt hat, dort wird sowas nicht stattfinden. Das war eine relativ günstige Situation. Das war für uns finanzierbar, ist aber noch nicht finanziert. Und so geht es vielen hier. Wir haben diese ganzen Risiken und dieses ganze Vorhaben auf uns genommen, um diesen Lebensraum zu verwirklichen. Den leben wir seit ein paar Jahren sehr zufrieden in dieser Siedlung. Wir fühlen uns doch wohl. Und wir haben eigentlich angenommen, diesen Traum, ja, ein ganzes Stück weit schon verwirklicht zu haben. Wir verstehen Ihre wirtschaftlichen Interessen ohne Zweifel. Aber eines steht fest, wir haben von Ihren finanziellen Bauteilen nicht. Im Gegenteil, wir müssen mit finanziellen Einbußen rechnen, Sie mit finanziellen Bauteilen. Sie verwirklichten wirtschaftliche Interessen, weil unseren Lebensraum zerstört. Bitte bedenken Sie diesen Zusammenhang und wir fordern zum Eintracht auf, dieses Vorhaben zu unterhalten. Die erste Frage, die ich an die Allerjene, war irgendeiner schon mal auf unserer Terrasse gestanden von Ihnen? Wozu ich sie recht herzlich einlag? Und er hat sich jetzt von uns aus angeschaut. Das ist verdammt nah. Und das sieht man hier nicht. Die zweite ist, auch ich, auch wir haben 2006 erwarten, auch wir haben eindeutig die Aussage, zwei nur da noch zu kommen. Und da hinten ist nix weiter geplant. Es ist ja gesagt, es ist kein Kieserbau, es ist kein Dienst, es ist nix weiter geplant. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Wurde uns auch gesagt. Das nächste ist, ich jetzt persönlich, oder wir persönlich, haben natürlich logisch Angst, dass dem Haus was passiert. Es ist sehr nah. Wir haben in Deutschland, wir haben in der Schweiz, ich glaube, wir haben hier überall, überall Abraubgebiete, wo die Häuser oder wo ein Haus an Schaden gestanden sind. Und die Eigentümer alle auch im Posten sitzen geblieben sind. Ich würde da mal wirklich eine Stellungnahme dazu gerne haben. Das nächste ist, ich habe das in einem Interview, wir haben ja schon mal eines gesagt, ich meine, ich glaube, ich verstehe das auch. Ich meine, ich bin ja nicht ganz fertig, ich verstehe die Haltung. Sollte jetzt mal, wie schnell ist man arbeitslos oder sonstiges, man kann das Haus nicht mehr halten. Was ist dann? Diese Abbauzeit ist eine sehr, sehr lange Zeit. Wir kriegen dafür, schätzungsweise, von dem Wert, den wir zahlen oder wo wir noch dran zahlen, vielleicht, wenn es hochkommt, der drittelt und dann, was machen wir denn dann? Das sind die Ängste, die wir haben. Ich verstehe das alles vollkommen nicht. Ich weiß auch, dass die Nutzung da super ist, weil die Anfragen, die wir sind, sind kurz bis zum Kiefer und und und. Aber in Notsituationen nützt uns das nichts. Und ich glaube nicht, dass wir in einer Notsituation hinter uns stehen und sagt Geld uns. Und das ist das, was mich wieder grüße macht. Also grundsätzlich kann ich dazu sagen, dass Ihr Haus etwa 80 bis 90 Meter von der Böschung entfernt ist. Und dass dort nichts passieren kann. Ich würde sogar so weit gehen, wenn so wie Sie sagen, Ihr Haus bei uns in die Grube rutscht, dann werden wir Ihnen das versetzen, das ist überhaupt kein Problem, weil das nicht passieren kann. Entschuldigung, ich bin vor dem Grube rutscht, weil es wäre jetzt die 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 Grube rutscht. Ja, wer oder weniger, aber es geht hauptsächlich um Schäden, um Risse, weil wir haben, wir haben, wir haben zum Beispiel, wir sitzen ja alle auf dem Material, das hier letztendlich abgeraumt und da haben wir nichts drauf nach dem Schammer vorgestellt. Nein, Sie müssen davon ausgehen, wenn wir dort beginnen, werden wir mit einer Raube beginnen, wir werden den Hummus abschieben und diesen Erdwall bauen. Und dann wird ein Bagger dort stehen, der das Material lädt und ein LKW, der das wegfährt. Es wird dort, wie sonst bei normalen Bauwagen, keine Erschütterungen geben. Ja, deswegen kann ich Ihnen heute ohne weiteres sagen, wenn Ihr Haus da reinrutscht, ich ersetze Sie, das ist überhaupt kein Problem, das kann nicht passieren. Ich meine, wir haben Statiker, wir können das rechnen und das kann nicht passieren. Überlegen Sie sich mal über 90 Meter, wie soll hier eine Bösche reinrutschen? Dass Sie natürlich sehen, dass Ihr Haus möglicherweise weniger wert wird, das wird eine Zeit lang so sein. Nur, Sie müssen auch mal sehen, dass, wenn das abgeschlossen ist, Sie dort Ackerflächen haben und kein Gewerbe gibt. Entschuldigung, wenn es abgeschlossen ist, und wenn es abgeschlossen ist, das finde ich erscheint, dass es nicht nur das ist. Ich bin schon wieder älter. Ich bin noch älter, ich bin noch der Ackerfläche. Weitere Wortmeldungen, dann gehen wir in die Reihe 1 nach vorne. Hallo, ich bin der Herr Bademers und wohne auch nach der Frau Kopp und Herrn Wolff weiter in der Innenstraße. Und wir haben eine Frage bezüglich dem Abbaugebiet. Nachdem es sich um ein Mischgebiet handelt, heißt es vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, dass da eine Abbaugrenze von frühestens 150 Meter einzuhalten ist. Wie rechtfertigen Sie die 90 Meter? Da muss ich gleich widersprechen. Das ist zwar richtig, es gibt eine Planungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz. Das ist aber eine Planungshilfe, die quasi bei der Aufstellung von Bebauungsplänen oder auch Flächennutzungsplänen berücksichtigt werden soll. Die heißt auch nicht, dass es einen Mindestabstand gibt, sondern die sagt, diese Planungshilfe, dass wenn dieser Abstand, der eingehalten werden soll, dass dann in der Regel keine Lärmschutzprobleme auftreten. Dafür ist die dann. Und wir haben jetzt hier den Fall, dass wir zwar näher dran sind, 90 Meter, dass aber nach den Lärmschutzberechnungen hier keine Lärmschutzprobleme bestehen. Sprich, diese Planungshilfe des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, die setzt schon früher an, nämlich in der Bebauungsplanung letztendlich. In der konkreten Realisierung, das lesen Sie auch gleich in dem Einleitungssatz, wo das drinsteht mit den Abständen, da kommt es immer auf die ganz konkrete schalltechnische Übersetzung. Und die kommt eben zum Ergebnis, dass wir keine Grenzwertüberschreitungen haben, weder für das Wohngebiet noch für das Wischgebiet. Ja, ich mache jetzt gleich vorne weiter, dann kann ich dann wieder nach hinten rücken. Ja, bitte. Mein Name ist auch Wartenmanns. Ich gehe auf die Innenstraße und die Hauptstraße. Bei dem, was ich gehört habe, tauchen mir verschiedene Fragen auf. Zuerst wurden mir die Frage nicht beantwortet, die der erste Fragestellbeantwortung gewollt hätte. Ist das Ganze nur noch eine wasserrechtliche Frage? Oder sind noch andere Fragen offen? Das war doch eine konkrete Frage. Antwort, die hat mir ein bisschen gefehlt, um das zu verdeutlichen. Ich meinte, ich hätte sie klargelegt beantwortet. Der Flächennutzungsplan ist seit 2009 beschlossen und genehmigt von der Regierung von Unterfranken. Wir reden hier ausschließlich über das wasserrechtliche Verfahren. Und Sie hatten im Vortrag gesagt, dass es hier um eine verträgliche Situation mit Menschen und Kiesabbau geht. Wer entscheidet über diese Verträglichkeit? Wo ist die Entscheidung? Welche sind die Parameter, die da entscheiden? Die Parameter sind im Wesentlichen der Schreisschutz. Das ist das wesentliche Kriterium, um Kiesabbau neben, oder ganz generell, das ist ja eine gewerbliche Nutzung, in einer speziellen Form, gewerbliche Nutzungen neben Wohn- oder Mischnutzungen unterzubringen. Und das ist immer so, dass Sie, wenn Sie Bodenschätze quasi ernten oder heben wollen, dass Sie da ins Erdreich eingreifen. Und wie Sie ja auch aus dieser Planungshilfe, die zuvor ja genannt wurde, sehen, dreht sich das im Allerwesentlichen um den Emissionsschutz. Also es ist Emissionsschutzmehrwerke der Planung des Verfahrens, um es auf den Punkt zu bringen. Richtig, ja natürlich auch das Wasserrecht, sonst würde es kein wasserrechtliches Verfahren sein. Es geht darum, dass Sie Wasser benutzen letztendlich und deshalb braucht es eine wasserrechtliche Erlaubnis. Und das Grundwasser, das ja hier, darum das Thema Nassabbau, das Grundwasser, das hier beansprucht wird, wird durch dieses wasserrechtliche Verfahren geschützt. Und da ist das Wasserwirtschaftsamt, die zuständige Behörde, die also darüber entscheidet, ob da überhaupt eine solche Genehmigung erteilt werden kann. Und da haben wir Positives oder Grünes nicht bekommen. Wenn ich es weiter richtig verstanden habe, dann wurde die Beschlussfassung des Kiesabbaus 2009 im Flächennutzungsplan als verbindlich angenommen. Also verbindlich dargestellt. Das heißt, mit der Genehmigung des Flächennutzungsplans darf man wissen, dass wir neue Flächen finden. Das ist ganz einfach. Aber Frau Popp, zu Ihrer Frage nochmal wegen Schäden. Wir werden auf jeden Fall die ersten drei oder vier Hüße ein Beweissicherungsverfahren machen, um auch später feststellen zu können, ob Schäden entstanden sind oder nicht. Gut, das habe ich jetzt wieder überhört. Bitte, bitte, lassen wir bitte den Dialog auf Zwischenruf nicht. Wir müssen schon, sonst fühlt sich die linke Seite benachteiligt. Die dritte Reihe, bitte. Grüß Gott, mein Name ist Erik Fischer. Ich bin eigentlich nicht direkt betroffen. Ich wohne mittlerweile unten bei Geinfeldtstraße. Ich muss dazu sagen, Firma Grücke ist auch Kunde bei mir. Hoffentlich noch recht lange. Hoffentlich haben Sie viel zu tun. Hoffentlich haben Sie viel LKW-Fahrt. Aber ne, ich. Es gibt ja noch ein letztes Geld auch davon, dass wir Firma Grücke mit LKW hält. Der hat eh gewiss, äh, äh, was er immer kauft. Das geht jetzt auch mal nachher jetzt. Weil man ist ja nicht ungenültig, ich bin nicht ungenültig. Ich sage es so, wie es ist. Also ich meine, ich möchte nochmal als Vergleich nehmen, jetzt zu dem Grafenreinfeld. Ja, die Firma Grücke, da auch, danke. Da hat die Firma Grücke auch aus der Kies, rausgeholt, die Grafenreinfeld ist nicht ungenültig. Es wurde alles sehr gut renaturiert. Wenn es die Firma Grücke wäre, würde ich sagen, sind wir ein wenig vorsichtiger. Bei der Firma Grücke glaube ich nicht, dass wir da Probleme kriegen werden. Und der Herr Link, bin ich der Meinung, äh, äh, der sitzt mir auch ab und zu im Nachdenkopf. Sie werden mit den Missionsschutz sicherlich aufpassen, dass alles an der Wattung bleibt. Also ich denke, lassen Sie mal von uns zukommen. Wegen dem Neubau-Gebiet, äh, die Damen hier, sicherlich, äh, vollkommen überrechtlich, die Einwand, Sie haben gebaut, ihnen wurde von irgendwelchen Saal und Beziehungshandel gemacht, von der Firma Grücke bestimmt nicht, äh, dass da nichts geschieht. Äh, die anderen, äh, Besitzer der Grundstücke, da ist es halt so, äh, die Fruchtfolche, Ackerland, Brachland, Bauland, die trifft dann auch oft zu, in dem Fall vielleicht Ackerland, Gartenland, Bauland, äh, die waren nicht unglücklich, dass es Bauland wurde, die haben den Profit gemacht. Andere wie Sie, haben vielleicht momentan, glaube ich, das Problem, dass die nächsten 10, 20 Jahre, äh, der Wert hier des Anwesens nicht steigen wird. Aber wenn das alles hier in Ordnung ist, glaube ich nicht, dass Sie, äh, äh, eine Wertminderung haben. Und auch, sagen wir mal, der Verlust ist immer nur dann da, wenn er realisiert wird. Ich hoffe, dass Sie nicht verkaufen müssen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei Ihnen, dass Sie nicht wohnen, und ich bin auch der festen Überzeugung, die Eisenbahnlinie hier hinten, war viel mehr gern, als die Firma Glöckle machen wird. Speziell nicht. Das ist für Sie nicht nur bei der Stadt. Sie müssen Sie nicht nur bei der Stadt. Nein. Wortmeldungen noch auf der linken Seite. Herr Schwab. Mein Name ist Ronald Schwab, ich bin in der Grafstraße, bin also auch nicht direkt getroffen. Herr Glöckle, Sie haben beim Stadtrat damals einen Kiesabbau beantragt und haben versprochen, diesen wieder zu renaturieren. Irgendwann haben Sie uns dann ein Biotop geliefert, das wir gar nicht bestellt hatten. Wir sind in der Stadt Köln. Ja. Und gerne glaube, die Mützer hier hat. Freude nicht, weil das geordnet ist. Sie haben Ihren Ruf dadurch etwas bestätigt. Ich bedauere das, weil ich im Prinzip durchaus Verständnis habe und es auch gut finde, wenn der Rohstoff nicht von weiter herkommt, sondern wenn man ihn von hier nutzen kann. Wenngleich es sich dabei um, das muss man ganz klar sehen, um Raubbau handelt. Es ist ja keine Nachhaltigkeit in der Hinsicht, dass Sie ein Recycling dabei treiben. Aber wie wollen Sie bei dieser neuen Fläche, vor allen Dingen bei einem Zeitraum von 30 Jahren, sicherstellen, dass Sie uns wieder einen Kiesabbau beantragen und uns dann ein Biotrop liefern. Also, warum wir unseren Ruf geschädigt haben, verstehe ich nicht. Wir haben aber, also mich hat mal ausreden, dann können Sie immer noch lachen. Wir haben aber aus dieser ganzen Sache gelernt. Wir haben damals dort den Kies gewonnen. Wir haben das Objekt eingezäunt. Wir wissen heute noch nicht, wer eigentlich Hausfriedensbruch gemacht hat, hier über den Zaun gestiegen ist und festgestellt hat, dass da unten irgendwo ein Frosch ist. Wir haben dann einen Anruf von der Stadt bekommen. Das müssten Sie eigentlich am allerbesten wissen, Herr Schwab, dass wir dort ab sofort nichts mehr unternehmen dürfen. Wir durften weder Haffel noch den Kies, der da war, noch gewinnen. Wir werden deswegen bei dem neuen Objekt versuchen, dass überhaupt keine Wasserfläche mehr entsteht. Das heißt, wenn wir wirklich in das Grundwasser kommen, dass wir so schnell wie möglich dort wieder mit dem Abraum auffüllen, sodass wir davon ausgehen und auch hoffen, dass nicht wieder irgendwie ein Frosch oder ein Hamster oder sonst irgendwas hier reinläuft. Ich möchte vielleicht schon noch was sagen zu dieser Ausgleichsfläche. Wir sind gezwungen worden, hier eine riesige Ausgleichsfläche zur Verfügung zu stellen. Vor fünf Jahren oder sechs Jahren, glaube ich, hat man dort zwei Hamsterbauten entdeckt. Dann hat man ein Jahr später wieder nachgeschaut. Dann hat man nur noch einen Hamsterbau entdeckt. In der Zwischenzeit gibt es keine Hamster mehr. Und trotzdem müssen wir für mögliche Hamster, die wieder kommen, Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen. Also es ist nicht ganz so einfach, wie sich das hier jeder vorstellt. Ja, vielleicht ergänzend dazu kann man sagen, dass also auch die Stadt natürlich ein großes Interesse hat, dass da nicht so was noch einmal passiert, dass da noch ein Biotop entsteht. Das heißt, die Maßnahme wird also über Auflagen, über Kontrollen intensiv begleitet. Und ich meine, Sie sind ja auch als Anwohner die besten Kontrolleure. Sie sehen das auch. Was da passiert, ist also ein offenes Geheimnis. Es passiert nichts hinter verschlossenen Türen. Und von daher kann man also wirklich davon ausgehen, dass das alles so, wie es eben genehmigt wird, wie es mit den Auflagen festgesetzt wird, dann auch durchgeführt werden kann. Deswegen muss man auch sagen, der lange Zeitraum. Man kann natürlich auch sagen, es kann vielleicht in 20 Jahren fertig sein, aber das wäre wirklich dann gepokert, weil wenn das Material auch zum Auffüllen nicht zur Verfügung steht und das ist halt so gerechnet, wie es zur Verfügung steht aus den letzten Jahren, dann muss man im maximalen Fall von dieser Zeit ausgehen. Wir können aber hoffen, wenn dann doch irgendwelche günstigen Umstände hinzukommen, dass es verkürzt wird. Aber auf jeden Fall wird man versuchen, da offene Wasserflächen, wie es der Herr Köchel gerade schon gesagt hat, schnellstmöglich dann auch wieder abzudecken, bis da auch nichts weiter passiert. Herr Schwab, eine Nachfrage? Ja, und zwar, warum machen wir nicht erst dann auf, wenn das Füllmaterial tatsächlich zur Verfügung steht? Lagern Sie das Material, das Sie dort einfüllen wollen, als Ersatz, und dann machen Sie auf. Und dann können Sie es ganz schnell wieder zumachen. Und dann kann diese Maßnahme in dem Bereich dann auch im Wesentliche kürzere Zeit abgebildet werden. Ich hatte vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass wir im ersten Bauabschnitt in den ersten vier Jahren nur Material abfahren und das Material vom Abraum wieder dazu verwenden, zu verfüllen. Das heißt also, wir brauchen in diesem Abschnitt vorläufig kein Fremdmaterial, sondern wir müssen erst die zwei Meter über dem Grundwasserspiegel auffüllen mit anstehendem Material. Flächennutzungspläne für die Lippenstraße hat es ja schon viele gegeben. Welche Möglichkeit sehen Sie, dass der bestehende Flächennutzungsplan, der offensichtlich hinter dem Rücken der meisten Bewohner dieses Neubaugebietes geändert wurde? Sie sind ja Rechtsreferent, Herr Stadtschmark. Selbstverständlich kann man einen Flächennutzungsplan auch ändern. Das ist ein Verfahren, das dauert mehrere Jahre. Ich habe es vorhin ja auch geschildert. 2006 bis 2009 hat es gedauert. Da ist aber die Vorarbeit noch gar nicht dabei, die geleistet werden muss. Das ist rechtlich möglich. Auf der anderen Seite, das haben Sie in jedem Vorhaben auch, haben wir hier einen Antrag vorliegen, der auf diesen derzeit bestehenden Flächennutzungsplan fußt. Und insofern wird eine Änderung so ohne weiteres nicht mehr möglich sein. Es gibt, wie beim Bauen auch, das ist vielleicht am einfachsten, wenn man diesen Vergleich zieht, wie beim Bauen auch, gibt es eben nicht nur die Rechte des Nachbarn, die geschützt sind vom Gesetz und auch von der Verwaltung, soweit es eben geht, gewahrt werden und verteidigt werden. Genauso gibt es die Rechte des Bauherrn und hier eben des Antragstellers auf Durchführung seines Vorhabens. Das ist die rechtliche Komponente. Das heißt, theoretisch kann man den Flächennutzungsplan ändern. Praktisch halte ich das hier aber für nicht möglich. Weil der Genehmigungsantrag, wie gesagt, auf Grundlage des jetzt bestehenden Flächennutzungsplans eingereicht wurde. Und wem gehört Grund und Boden, auf dem dieser Bau stattfindet? Gehören mehreren Pirateigentümer. Verstehen da schon Verträge? Ob es Verträge gibt, ist mir nicht bekannt, kann ich schon mal glücklich vielleicht etwas dazu sagen. Es gibt Gespräche mit allen Eigentümern. Und es gibt Vorverträge, die jetzt versandt werden und die mit den Eigentümern abgeschlossen sind. Aber nicht mit allen. Weitere Fragen? Jetzt gehen wir wieder auf die rechte Seite. Zweite Reihe, bitte. Könnten Sie noch Ihren Namen sagen, dass wir das für das Protokoll haben? Er hat aufgezeigt, dass ein Meter Nudderboden draufkommt, kalt soll. Er hat aber letztens hier offen, dass bei uns der Nudderboden ins Wasser einverfüßen worden ist und auch denn das ausgefüllte Flächen nicht draufkommt. Ich habe selber eigene Flächen versprochen gekriegt, viele Verfüllungen und Abweiland, nur leider ist heute etwas anderes da drauf. Und die Verfüllungen kann ich beweisen, dass es zwar Papier ist und Makaratur. Ich weiß nicht, ob Sie von Grafenreinfeld sprechen. Ich spreche von Grafenreinfeld. Ich spreche von Grafenreinfeld. Ich spreche von Grafenreinfeld, der aufzeichnet worden ist, was rein soll, und ein Meter Nudderboden oder neben. Es gibt in Grafenreinfeld eine Planung auch von einem Landschaftsarchitekten, wo genau festgelegt worden ist, was aufzubringen ist. Wir haben dort teilweise Flächen, die im Wasser liegen, wo natürlich kein Humus aufgebracht wird. Es gibt andere Flächen, wo man vom Naturschutz nicht will, dass sich dort sehr viel entwickelt. Und danach müssen wir uns halten. Sie haben in einem Recht, dass wir dadurch dort zu viel Mutterboden haben. Und eigentlich durch die großen Seen den Mutterboden gar nicht mehr aufbringen können. Antwort war dann eigentlich nicht so. Wir haben sehr viel Mutterboden in Grafenreinfeld, den Sie sehr billig bekommen können. Nur es will kein Mutterboden. Das ist das Komische. Herr Müller, Sie haben das Recht ausgerückt und haben als Mutterboden den zweiten Abbau ausgetraut. Als Abbau-Frage-Frage. Das kann ich beweisen. Und da glaube ich nicht, dass Sie einen Meter Mutterboden nachher ausbringen. Gut, weitere Wortmeldungen. Die dritte Reihe. Jetzt machen wir bitte dritte Reihe. Der dargestellte Ausschnitt ist Teil eines Korridors. eines Korridors, welches sich von Berge Reinfelds nach circa Schweinfurtstadt-Mitte erstreckt hat. Und zwar im Zweiten Weltkrieg, als dieser Teil von alliierten Bombern geflogen wurde. Abbringung natürlich, um die schweren Industrie in Schweinfurt zu treffen, als Begründung, um die schwachen Plackstellungen in Berge Reinfeld in Grafenreinfeld zu treffen. Aufgrund der Flughöhe der Bomber war die Treffgenauigkeit ja eingeschränkt. Das bedeutet, dass sich die Bomben in jedem Korridor erstreckt haben, welche von circa Grafenrein in den Bergseinfeld bis Schweinfurtstadt-Mitte war. Wer garantiert, dass die spezielle Abbaugebiet 1 keine Windgänger gibt? Freilich, das Risiko ist klein, dass beim Abbau ein Windgänger getroffen wird, der dann rechtzeitig detoniert. Das sollte beim Abbau bei 250 bzw. 500 kg TmT Windgänger hochgehen, dann sind die Häuser im Baugebiet der reversibel geschehen. Also, es gibt für Bombenabwürfe Luftbildaufnahmen, Kataster, die aus der Zeit der Bombenabwürfe stammen. Das wird man abgleichen, wenn wir, also die liegen der Verwaltung vor, ja, wenn wir als Verwaltung da Verdachtsmomente hätten, dass diese Grundstücke betroffen wären, dann würden wir der Firma Glöckle auferlegen, dass vor der Genehmigung noch, das ist das übliche Vorgehen, eine Kampfmitteluntersuchung über eine Luftbildanalyse vorgenommen wird. Das läuft also in mehreren Schritten ab. Es wird halt das Luftbild abgeglichen, dann wird also über, da gibt es spezielle Firmen, quasi Sondierungen gemacht, wo diese Blindgänger runtergegangen sein könnten. Das ist ein theoretisches Problem, das wir aber selbstverständlich ernst nehmen. Weitere Wortmeldungen auf der rechten Seite, das ist jetzt hinten die, ja, der Herr in, ja, Ich bin mit der Stadt, ich wollte hauptsächlich viele Bürgerwanderer, ich kann es nicht gar in Einklang bringen damit, dass die Stadt eigene Grundstücke für den Abbau von Tietzeck zusammen mit den Bürgern direkt im Umgebung schädigt. Ich würde auch überlegen, was die Stadt damit verdient, ob das ein normaler Pachtkiss ist, oder ob das sogar Grunde ist. Also es gibt noch keine Verträge dazu, insofern kann ich Ihnen auch nicht sagen, wie der Pachtzins da aussieht, das wird sicherlich dann verhandelt werden. Die Stadt hat aber sowieso in den Bereichen relativ wenig Grundstücke, insgesamt drei, wobei da Grundstücke der Hospitalstiftung schon nicht bis jetzt sind. Ich wollte nachfangen, heißt es auch, Privatleute können mit Ihnen über die Pachtkiss-Grundstücke in dem Bereich befindet, verhandelt werden? Ich habe die Frage nicht verstanden, wenn Sie es nochmal rauskommen. Heißt es auch, wir als Privatleute können mit Ihnen über die Pachtkiss-Grundstücke das auch nicht verhandelt werden? Mit der Stadt. Davon gehe ich raus, ja. Müssen Sie dann eben... Gut, weitere Fragen auf der rechten Seite. Frau Kofald. Ich wohne auf der anderen Seite, Herr Ritz-Grunders-Stase. Aber ich habe ein paar Fragen, und zwar, wir sind ländlich in Obernau-Buhl und Bauernmeer. Wir nehmen jetzt quasi 12 Hektar Feld weg. Wir kriegen ihn im wahrsten Sinne des Waldes auf das Wasser ab. Das ist die erste. Zweitens, die Stadt Schweinfurt hat kaum Baugelände. Ganz, ganz wenig. Warum gibt man das letzte Schubbäuerlände, was die Stadt hat, auch nicht für die Schießaufbaugelände? Also, A, geschieht dieser Abbau, ja, im Bauabschlitten und nicht sofort überall auf der kompletten Fläche. Und insofern ist die Beanspruchung der Flächen, der landwirtschaftlichen Flächen, eine Kürzung. Zweitens, steht es jedem Landwirt frei, was er mit den Flächen macht, ob er sie der Firma Böcklitz und der Kürzung stellt oder nicht. Und weiter, es sind ja nach dem derzeitigen Flächennutzungsplan eben keine Bauflächen, sondern sie sind nach dem derzeitgültigen Flächennutzungsplan Kiesabbauflächen. Und insofern nehmen wir hier auch keine Bauflächen mehr. Weitere Wortmeldungen auf der rechten Seite, die Dame in der Mitte, ja. Mein Name ist Hildegard Stahl. Ich wohne zwar in der Würzbücherstraße, habe auch ein Grundstück in der Russikirtenstraße, ein Bauchungsstück, was natürlich an Wert verliert, so wie ich das sehe. Und meine Frage ist die, welchen Weg werden die Sand- und Kieslaster ab dem Abraubenplatz nehmen? Werden die durch die Würzbücherstraße fahren? Oder werden sie, ja, Autobahn oder sonst wo hinkommen? Ja, und wo werden die dann weiterfahren? Zur Hauptstraße auf oder unter? Also die untere Straße wird asphaltiert. Dann wird die untere Straße asphaltiert. Nein, ich meine es auch der bücher Straße. Ja, ja, und die oberen oder die oberen oder meinen Sie unten? Ich meine die 2.0- und Kiesbücherstraße. Die Abfall 6.0- und Kiesbücherstraße. Ja, der B26. Ja, ja, und wo hin? Ja, ja, und wo hin? Ja, ja, und wo hin? Ich drücke auch noch ein Stück. Aber im Berg dürfen Sie noch damit es mal über vorne kehrt. Durch obersteuert. Und Sie suchen ja um den Kreisen rum. Denn wenn Sie sagen, 5 Laster am Tag, einer verdient, einer verdient. Meine Bedenken sind, dass die bücherst 5 Straßen fahren. Das sind 24 Laster mehr aus der nächsten belasteten Straße. Also, ich denke, die Lkw können durchaus auch durch diesen Kreisel fahren. Das sind keine... Das beschwingt Sie nicht. Die Lkw können ohne weiteres durch den Kreisel fahren, über die Autobahn. Das funktioniert. Ich denke, nachdem aber Sie jetzt die Frage des Lärms, der Lärmzunahme angesprochen haben, wir haben ja einen Fachmann da. Würde ich doch darum bitten, dass vielleicht da noch Ausführungen kommen und der Herr Tasch vielleicht ein, zwei Worte zu dem Scheinwerken sagt. Aber ich wäre auch dagegen, wenn ich nach wie vor am Deutschhof wohnen würde, weil ich das unmöglich finde, neben einem Baugebiet für junge Familien, das großartig von einer bestimmten Dame angewiesen wurde, dann im klaren Bewusstsein, dass dort ein Ausbaugebiet gemacht wird, das denen auch noch anzukriegen und in der Bauverwaltung nicht auf der Bauwirkung zu machen. Vielen Dank. Der Herr von Lacken kann ich setzen. Herr Dr. Wiener, ich möchte Sie auch bitten, einfach der Fähne selber. Das ist eine Veranstaltung für Bürger und keine irgendwie... Ich möchte parteipolitisches Couleur hier draußen halten. Bitte, bitte. Moment, 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 Moment. Das habe ich auch eingangs gesagt und deshalb würde ich Sie bitten, Herr Dr. Wiener, dass Sie Ihre Fragen stellen. Dann machen wir die Zeit vor, wir haben noch Wortmeldungen durch. Ich stelle nicht nur Fragen, sondern ich kritisiere konkrete Aussagen. Beispielsweise, wenn ein von der Firma Gröbke, die ich übrigens auch sehr zuverlässig und für die Stadt Schweinfurt sehr wichtig einschätze, das heißt, Herr Gröbke, was mich aber nicht daran hindert, Dinge, die ich als Ingenieur nicht für korrekt empfinde, zu sagen. Und was der Herr Taschke von sich gegriffen hat, dass der Lärmschutzwahl nichts bringt, das ist für mich so etwas von unverständlich, wo ich den Beweis habe, dass am Deutschhof der Lärmschutzwahl zur Straße noch hervorragende Bedingungen hatte und dass der Lärmschutzwahl in der Höheland an der Wiese gezogen ist. Das stand gerade in Wessenburg und auch hervorragende in den Beweis. Ein Busch bringt nichts, ein Erdach bringt auf jeden Fall was. Nicht ohne es nur, dass der Lärmschutzwahl nur im oberen Bereich und nicht auch die Stürzberger Straße geplant ist. Dann, was in meinem Augen wichtig ist, Sie? Ich habe gesagt, Sie benauten. Ja. Beim Lärmschutz gibt es wunderbare Manipulationsmöglichkeiten, wenn man es will. Man kann natürlich, es ist halt so, nach der der Luft vorstücken, da gibt es Durchschnittsfäden und gibt es Spitzenwerte. Der Herr Döckle hat auf seinem Gebiet, wo er jetzt Lagerstelle hat, beispielsweise ein Großraumfahrzeug eingesetzt und das war in letzter Zeit, aber Westbild, und beim Rüppelsgang gibt es das. Fragen Sie mal alle anderen oder? Ja. Dass der garantiert, wie wer mit der TH Luft eingehalten hat, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Aber wenn Sie den ganzen Tag, wir haben zwei oder drei Tage gebraucht, um da was zu machen, dieses Geräusch rühren, das ist verhebelhaft. Und wenn ich mir vorstelle, dass dann die Dagger kommen oder die Endgabe ist, die Einzelgeräusche, es ist halt was anderes, als wenn ich die mittlere, mit meinem Rechnungsgrundbauern, auf den Pferen rufen, muss man einfach unterscheiden. Herr Dasch, fairerweise müssen Sie das auch sagen, dass das individuell unterschiedlich empfunden wird. Jetzt, von Verfahren, Herr Kornacken, natürlich, wenn man das so sieht, liegt einem doch nahe zu sagen, Mensch, Herr Körner, dieses Gietze 1, tauschen wir doch mit dem Abbaureich 1, denn der Feldamts erfüllt sich rechts und wir dort genauso wohl, wie in einem blauen Feldamts. Und die anderen werden dann unbeinahe von einem Ich weiß, dass das nicht möglich ist. Herr Gröckle hat nach dem jetzigen Stand des Verfahrens, wenn er die Grundflächen pachten oder kaufen kann, einen Rechtsanspruch auf Genehmigung, weil ein Standort, das er so beschlossen hatten, wollte. Also ist meine Erwartung, Herr Gröckle, dass Sie selbst, wenn Sie das nur mit versuchen, und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, das ist der Wert, den wir noch erreichen können, über das wasserrechtliche Verfahren hinaus, selbst wenn Sie versuchen wollten, noch etwas zu verbessern, Sie haben nach wie vor die sichere Rechtsposition. Und alles, was Sie jetzt an Bedenken der Anwohner aufnehmen, um die, sagen wir mal, Stau- und Wärmschutzbedingungen zu verbessern, zu minimieren, ist Ihre freiwillige Leistung. Ist mir völlig klar. Aber dazu soll man die aussprechen. Und eins ist auch klar, was hier gesagt wurde, einer, der hier jetzt gebaut hat, und kann aus dem Grund, sein Haus nicht mehr den Schuchel ins Weißen und muss es verkaufen, wird mit Sicherheit eine Wertminderung dabei erfahren, dass die Käufer ja mittlerweile auch durch diese Veranstaltung erfahren, ob da ist was entgangen. Nein, da kaufe ich kein Haus, was man nach demnimmt. Also das ist klar. Darum die Frage jetzt konkret. Wie viele LKWs pro Werk gab und würden Sie als maximal zulässig sehen? Sie sagen, vom Schnitt von zwölf. Würden Sie sagen, dass Sie das in der Hand als Betriebsvorgabe machen können, dass es eine Obergrense gibt? Das ist die eine Frage. Die zweite, kann man dafür sorgen, ich weiß, dass die Zufallstraßen keine Rennstrecken mehr nicht. Ich gehe auch davon aus, dass Sie die Kürzen nicht sind und nicht durch die Windenstraße sich durchschwendet oder in der Wiese mittlerweile mehr Probleme haben, um auch durchzukommen. Aber das Sie auch dann sagen, Ihre Leute, Philipp, fahrt hier vor sich. Das war langsam. Da wohnen ganz aufmerksame Anwohner mit Teleobetrieg und Wärmschutzmessungen. Da wollen wir uns nichts nachdenken lassen. Wir sind eine renovierte Firma, Schweinfolk und haben die Zusage, das zu tun, was zu minimieren ist, am halben Meter zu haben. Und noch eine Frage ist mir gekommen. Ich kenne jetzt den Unterschied vom Lärmschutz, von Betriebsweise zwischen Trockenerbau und Nasserbau nicht. Bei Ihnen ist ja beides möglich. Gibt es, wenn Sie da noch eine Auskunft nehmen können, ob es hinsichtlich Trocken- und Nasserbau hinsichtlich der Lärmschutz sondern Unterschiede gibt, ob Sie nicht eine Sortierung und Reinigungsanlage vor Ort auch brauchen, damit das halt im gereinigten Zustand dann weiter bedenken wird. Was können Sie zu diesen Fragen aber sagen? Okay, ich habe vorhin schon ausgeführt, dass wir beabsichtigen, dort einen Bagger abzustellen und mit einem LKW den Kies abzufahren. Das heißt, der LKW-Fahrer wird sich selbst beladen und wird Videos gut fahren. Wir gehen davon aus, dass er etwa 50 bis 60 Minuten braucht für eine Fahrt und deswegen kommen wir auf diese 10 bis 15 LKW. Es ist aber nicht ausgeschlossen, das möchte ich also hier schon sagen, dass wir irgendwo Auffüllmaterial bekommen, zum Beispiel in Richtung Grafenreinfeld und dann versuchen mit dem LKW, der den Aushub bringt, auch das Kiesmaterial wieder nach Grafenreinfeld zu fahren. Das heißt, es könnte schon sein, dass es auch Tage gibt, wo mehr LKW-Verkehr ist, dafür wird sich das an anderen Tagen wieder reduzieren. Zu der Zufahrt hatte ich vorhin ausgeführt, wir werden dort ein Schild aufstellen, das 20 Kilometer pro Stunde gefahren werden darf, wir werden die LKW-Fahrer, zumindest die, die den Kies abholen, installieren, dass sie auch nicht länger fahren dürfen, wir können natürlich für Firmen, die wir nicht so im Griff haben, nicht garantieren, dass da mal einer dabei ist, der schneller fährt, aber da müssen wir halt dann eben einschalten. Jetzt weiß ich nicht, was noch. Es gibt keine Sortieranlage, wir werden den aufladen und den Kies nach Grafenheim verfahren und dort wird sortiert und gelascht. Jetzt habe ich also an Herrn Glöckle noch mal vor dem Mikrofon vor der Kamera. Herr Glöckle, wie war denn Ihr Eindruck heute von der Veranstaltung? Ja gut, ich verstehe die Bedenken der Anwohner, aber ich denke, wir haben die so weit wie möglich ausräumen können. Insgesamt muss ich sagen, dass es eine sehr faire Diskussion war und ich denke auch, dass wir doch die meisten der Anwohner etwas beruhigen konnten. Wie lange haben Sie jetzt noch Kies zur Verfügung? Ich habe vorhin gehört, es geht nur noch ein paar Jahre und Sie brauchen dieses Gebiet unbedingt, gell? Wir Kies vorrede und deswegen sind wir ja so dahinter her, dass hier dieses Vorhaben jetzt auch so schnell wie möglich realisiert werden kann. Also diese Kiesabbausache für die Firma Glöckle ist sehr, sehr wichtig? Ja, das ist für uns sehr wichtig, weil wir sonst Material von sehr weit her transportieren müssen und das ist weder wirtschaftlich sinnvoll noch auch von der Ökologie her sinnvoll. Also gut, Dankeschön. So, jetzt habe ich vor der Kamera den Herrn von Larkum und wie war denn Ihr Eindruck von der Veranstaltung und von den Menschen, die hier waren, von den Bürgern, ihre Sorgen? Also ich habe die Bürger schon als sehr besorgt wahrgenommen. Ich kann die Sorge auch nachvollziehen, weil natürlich unmittelbar vor den Touren von Oberndorf 100 Meter Entfernung zur Wohnbebauung hier dieser großflächige Kiesabbau stattfinden soll. Trotzdem bin ich sicher, dass wir mit dieser Bürgerinformationsveranstaltung außerhalb eines förmlichen Verfahrens den richtigen Schritt gemacht haben, dass wir hier vor Ort gekommen sind, auch die Firma Glöckle gebeten haben, diesen Schritt mitzutun und aktiv auf die Bürgerinnen und Bürger zuzugehen, um eben hier das Verfahren zu erläutern, den Abbau zu erläutern, Ich habe die die den die Vielen Dank.